Alles betrifft auf die Energie. Wenn du eine gute Energie hast, denkst du darüber. Wenn du die beste Bottle in deinem Leben trinkst, wenn deine Frau sagt, dass sie im Bett mit deinem Bruder lebt, ist das nicht eine gute Bottle. Willkommen zu Brion Bottle. Wir sind heute beim Chemay in Barcelona. Neben mir ist Max. Max, bitte introduz dich. Mein Name ist Max Colombo. Und du musst es wissen. Max Colombo. Das erste Mal, dass ich mich selber introduziere. Ich bin ein Freund von Toni. Ja, das ist die Wahrheit. Wie lange? Fast acht Jahre. Ja, acht Jahre kam ich zu deinem Platz. Vielleicht noch mehr. Weil er ist ein guter Skater. Er versteht nicht mehr oder weniger Wein. Nein, nichts. Aber er ist ein guter Skater. Ja, genau. Ja, genau. Wir trinken zusammen mehr als eine Bottle zusammen. Das ist die Wahrheit. Mehr als zwei. Mehr als drei vielleicht. Nicht mehr. Nein, nicht mehr. Das ist eine gute Beziehung. Ich arbeite als Chef in Venice. Mein Bruder war hier. Wir versuchen, hier etwas anderes zu tun. Wir versuchen, hier etwas anderes zu tun. Der Proposal war, nur zu finden, Menschen wie dich. Wir trinken jeden Tag. Wir trinken jeden Tag. Wir trinken immer so viel. Aber okay. Wir trinken. Ich auch. Nein, niemand. Manchmal nicht. Niemand. Der Sinn ist, dass es eine gute Familie gibt. Wir trinken. Und du bist auch der Chef? Nein. Nein. Ich weiß nicht. Mein Bruder ist nur... Er ist nur ihm. Nur ihm. Okay. Der Wien ist sehr gut. Der Wien ist einfach der Wiener. Der Wiener ist einfach der Wiener. Der Wiener ist einfach der Wiener. Wenn man ein guter Produkt ist, ein guter Tomatens, ein guter Fisch, wenn man ein guter Produkt ist, man will etwas anderes. Das kommt zusammen. Oder im guten Restaurant. Ich glaube, das kommt zusammen. Ja, das ist auch. Ich glaube, das ist auch. Und mein Bruder hat das Wiener, der Wiener, der Wiener, das Wiener, der Wiener, seit sie Jahren. Ich habe das Wiener über die Wiener in den letzten 15 Jahren, und nun wir... Wir machen die Bar Brutale. Du hast die Bar Brutale gemacht? Ja, wir machen die Bar Brutale. Und in Europa und in Europa? Ja, das ist ziemlich gut. Aber seit fünf Jahren in Spanien niemand kann das beten. Das war wirklich kompliziert. Die Wien hier ist stärker. Die Wien ist stärker. Die Wien ist stärker. Die Wien sind immer die gleichen Grapes. Die Wien ist stärker. Ein ganzes Wien, viel Alkohol, sehr starkes Wien. Und jetzt mit den Wien, es kommt ein neues Wien. Es ist einfach zu trinken. Ich fühle mich manchmal mit den Wien. Es gibt viele gute Wien. Und ich denke, dass die Leute, die den Wien benutzen, nicht zu viel darüber sprechen. Es gibt einige andere. Die gute Wien nicht sagen. Die Romane Conti. Madame Leroy. Das ist das, was sie seit Jahren machen. Aber sie sprechen nicht so viel. Und diese Leute, die immer wieder riechen, über sie sind natürlich. Sie haben manchmal sehr... Ja, bad Produkte. Und dann versuchen sie, aber es ist ein Fehler. Und dann sagen sie, nein, es muss sein. Das ist natürlich. Aber das sollte nicht sein. Die gute Produkte, die gute Produkte, wie Ganeva, oder... oder... Pacale. Pacale ist ein anderer Produzent. Weil sie schaut, sie kaufen, dann machen sie das. Das ist gut. Aber ich denke, wenn man mit ihnen spricht, der Naturale Wien der Wien dieses Jahr, dann sehen Sie, in 20, 25 Jahren, was passiert. Denn die gute Produkte, in France, in Italien, wir haben von 80, 85. Sie sind da, aber sie sagen, sie sind natürliche. Und ich will nicht, wenn man ein bisschen zu tun hat, es ist einfach zu... Stabilisiert. Ja. Too viel Talibana ist manchmal kompliziert. Ich habe ein Freund von mir, der Porcelanik, Torrinbau. Das war eine der besten Naturale, wir haben hier in Spanien. Und jetzt hat er ein großes Problem. In den letzten zwei Jahren hat er wirklich ein großes Problem von Produkten, aber es ist natürlich, es nicht zu tun hat, vielleicht muss er sich nicht zu tun. Vielleicht muss er sich nicht zu tun. Ja. Aber er ist immer sehr fokussiert, er will sich nicht zu tun, wenn er sich nicht zu tun hat. Das ist die Art. Ich erinnere mich, als ich hier war, die zweite Mal hier, du schon mit den Naturale Wien begann, und dann, die erste Mal, die ich wirklich in meinem Kopf habe, in meinem Kopf habe, das war bei deinem Ort. Und es war El Basotz, von... Was ist der Produkte? El Basotz, von Johann Ramon Escoda, von Conca de Barbera. 2009. 2009. 2009. Ja. Also, von Bernadette, von Bernadette, von Bernadette, aber es war das gleiche. Der erste Jahr war, es war perfekt. Und der zweite, das zweite Fermentation in der Bottle. Und dann haben wir ein Naturale Sparking wine. Wie ein Ancestral. Es passiert etwas, mit Naturale. Es ist etwas, etwas, in der Wein. Ich denke, dass die jungen Leute viel mehr interessiert sind. Ja, ich kann. Aber auch, die jungen Leute, die nicht so jungen, wie wir. Du bist heute ein guter Skater. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Ich habe drei von ihnen, aber niemand geht über die Figuren. Ja, ja. Es sind nur Figuren. Lasst uns das so. Nein, aber junge Leute, die in der Brutale wollen probieren drei verschiedene Bottle, wollen wissen viele Dinge. Für Menschen wie uns, das ist, wenn es eine gute Bottle ist, musst du ein oder zwei Bottle in zwei, drei Personen. Ja. Ja. Das ist gut oder das ist schlecht für dich? Für dich und für mich ist es gut. Es ist gut. Es ist gut. Sie wollen probieren viele Dinge, aber manchmal es schmeckt wie Fanta oder Pepsi. Sie wollen, wie das. Für mich habe ich ein bisschen quietes. Du musst probieren eine ganze Bottle, eine zweite Bottle und denken, was du machst. Ja. Das ist die Wahrheit. Also, habe ich gesagt, das ist eine Bottle und du hast eine mit dir. Was ist das? Was ist das? Das ist der fabulose Gabriobini, Architekt von Milen. Er ist in Liebe mit einer der letzte Bottle in Italien, Pantelleria. Okay, lass mich die Bottle zeigen. Ja, sehr schön. Er bedeutet, mit dem Aero das ist high-end? Nein, du kannst nur hoch, weil es die letzte Bottle ist. Ja, sehr gut. Und es sind zwei 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 Varianten die wir haben nur auf der Ausland. Wie? Cataratto und Pignanello. Domestik Ja. Ja, aber wenn Sie probieren, sieht es wie Moscato, ja? Ja, sehr früßig, Es ist sehr fruchtig. Du hast vorher schon gesagt, Lychis? Ja, Lychis, viel Lychis. Wie sieht man die Farbe? Es ist ein guter Produzent, weil wir immer eine hohe Acidität haben. In Spanien wir es nennen es Volatil, für die Acidität der Vinaigern. Aber für mich ist die Acidität... Es ist sehr frisch. Es ist wichtig, dass es frisch ist. Ja, sicher. Es ist sehr spezifisch. Es ist sehr frisch und sehr fokussend. Es ist nicht der natürliche Art, den ich akzeptiere, wegen der Farbe. Ich zeige es, dass es ein Rosé unfiltert ist. Unfiltert. Es ist normal, aber es ist sehr frisch und sehr schön zu trinken. Ist es ein Rot? Ist es ein Rosé? Was ist es? Wie lange ist es? Wie lange? Nein, es ist nur zwei Monate. Es ist nur zwei Monate, weil es ist ungefähr 340 Kilometer von Afrika. Das ist verrückt. Das ist der weiße, der Moschatelle. Der Moschatelle. Der Moschatelle. Der Moschatelle. Der Moschatelle. Es ist sehr süß. Die Moschatelle. Die Moschatelle. Es ist sehr süß. Es ist ein guter Projekt. Der Moschatelle. Es ist sehr süß. Und sehr schön zu trinken. Du öffnest? Ja. Wir öffnen jetzt. Ja. In 10 Minuten. Ja. In 10 Minuten. Und sehr schön zu trinken. Aber es ist frisch. Und gleichzeitig. Ich liebe es. Manchmal. Ich liebe es. Die Leute, die winken. Die winken. Die winken. Das ist die Wahrheit. Der Projekt ist ein sehr smarter Typ. Er ist mit dem Design. Es ist so empatisch, dass du das sagst. Weil manchmal fühle ich das gleiche. Ja. Und manchmal. Das ermöglicht dir, was jemand macht. Wenn du diese Leute magst. Ja. Ja. Du hast auch diese Frage bekommen. Was ist der beste Wein? Oder was war dein beste Brotel? Ich kann dir sagen. 100 Brotel. 100 Brotel. 100 Brotel. Also. Es ist wichtig. Die mood. Mit dem du trinkst. Was ist der beste Freund? Ja. Was ist der beste Freund? 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 Ja. Was ist der beste Freund? Ja, genau. 15 Jahre lang. Ich trinke alles. Und du hast. Okay, Max. Dann. Ja. Vielen Dank für die Interview. Wenn du in Barcelona bist, musst du zum Schemey. Und ich hatte nie ein schlechtes Wein hier. Es ist ein Pflichtprogramm. Vielen Dank, Mann. Zwei Brotel sind besser als eine. Ja. Grande Toni. Danke. Danke dir zu dir. Stell jetzt deine ganz persönliche Weinfrage auf asktoni.de. Bis zum nächsten Mal.